Über Luis Suárez wurde eine Menge spekuliert. Vielleicht fragen sich die Leute jetzt auch, welchen Empfang er an der Enfield Road erhalten wird. Aber das ist nicht die Art der Liverpool-Fans. Sie lieben ihre Spieler und Luis ist immer noch ein Teil der Gruppe, ein Teil des Teams. Außerdem muss er sowieso erstmal aussetzen, weil er gesperrt ist. Wir müssen Luis oder einen anderen Spieler nicht verkaufen. Ich habe es schon einmal gesagt, jeder Spieler auf der Welt hat seinen Wert. 46 Millionen für Luis. Gareth Bale und Luis sind in der vergangenen Saison die Besten in der Premier League gewesen. Man kann nicht sagen, dass Bale 100% mehr wert ist als Suárez. Wir als Verein glauben an das, was wir tun und wir müssen nicht unbedingt jemanden verkaufen.